Dieses Video ist das erste Video einer Serie. In dieser Serie führen wir euch schrittweise zur Bewerbung, indem auch neue deutsche Wörter hinsichtlich der Bewerbung beigebracht werden. Wenn du im Ausland studiert hast, in Deutschland Arbeit suchst, Interesse an Bewerbungstipps hast, Schau dir diese Serie an. Hallo? Stell dich vor. Stell dich vor. Sich vorstellen. Ich heiße Bekir. Ich lebe in München. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Die Türkei. Aus welcher Stadt? Aus welcher Stadt? Ich komme aus Ankara. Was machst du beruflich? Beruflich. Ich bin auf Jobsuche. Welchen Beruf möchtest du ausüben? Welchen Beruf möchtest du ausüben? Ausüben. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Hast du eine Ausbildung? Hast du eine Ausbildung? Die Ausbildung. Ich habe in der Türkei studiert. Mein Studium wird in Deutschland nicht anerkannt. Anerkennen. Hast du diese Information aus dieser Internetseite? Hast du diese Information aus dieser Internetseite? anabin.knk.org Nein, diese Seite kenne ich nicht. Die Information. Die Bewertung. Diese Seite stellt Informationen zur Bewertung ausländischer Diplome bereit. Diese Seite stellt Informationen zur Bewertung ausländischer Diplome bereit. Bereitstellen. Welche Qualifikationen hast du? Welche Qualifikationen hast du? Die Qualifikation. Was sind Qualifikationen? Diese Frage beantworte ich dir in der nächsten Lektion. Bekir? Ja. Kaffee? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020